Vor vielen Jahrhunderten drangen in Japan Nylok-Monster in unserer Welt ein. Samurai-Krieger haben sie seit jeher mit Machtsymbolen bekämpft, die sie von ihren Vorfahren übernommen hatten. Heute sind die Nyloks wieder da und drohen die Erde zu fluten. Glücklicherweise stellt sich ihnen eine neue Generation von Helden in den Weg. Die Power Rangers Samurai. Hey, was ist das für ein Getöse? Ich habe keinen blassen Schimmer. Hey, du da! Was zum Hinterm machst du da? Einen Job! Mein Auftrag ist Essen, Essen, Essen! Aber doch nicht das Schiff! Wer hat dir das befolgt? Lass das! Nein! Mok-Doru, beruhige dich. Scarf dient meiner Wenigkeit und er wird die Welt der Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Dieser Typ da? Ich habe den Eindruck, alles, was er kann, ist fressen wie ein Schwein! Gib ihm doch etwas Zeit, dann wirst du schon sehen. Scarfs wahre Kräfte treten erst zu Tage, nachdem diese vertrottelten Samuraiwichte ihn zerstört haben. Hä? Das ist mir jetzt zu hoch! Ach, das ist ja wieder typisch Nudelgesicht! Nudeln? Hoho! Hör sofort damit auf! Aber ich liebe Pasta! Die Bullendisc ermöglicht die Kombination aller Sorts zu einem Samurai-Gigasort. Ja, aber das ist mega gefährlich. Der Bullensort war nicht ohne Grund 300 Jahre lang versiegelt. Es ist zweifellos riskant. Im schlimmsten Fall könnten alle Sorts ihre Kräfte verlieren. Aber Antonio kriegt das schon hin. Wow! Danke für das Vertrauen, aber Kevin ist ja der Spezialist für Megasort-Kombinationen. Wo ist Kevin überhaupt? Das Regionalfinale im Schwimmen. Wie gern würde ich daran teilnehmen? Tut mir leid, Jungs. Entschuldigung. Ich wusste es. Noah! Ich glaube, ich habe gerade Kevin gesehen. Was? Er stand draußen und sah sich das Plakat an. Wo ist er? Und es war wirklich Kevin? Ich kenne ihn nicht persönlich, aber er sah aus wie auf den Bildern. Vielleicht ist er gekommen, um dich anzufeuern. Was soll das heißen? Dieser Typ hat uns einfach im Stich gelassen. Und wir haben uns nur mit Ach und Krach qualifiziert. Dass er uns sowas antut. Mann, das Regionalfinale im Schwimmen. Das ist der Überhammer. Ich war schließlich mal Rettungsschwimmer. Ich wette, die können die Dienste eines Experten gut gebrauchen. Rettungsschwimmer, du? Der Beste. Hör zu, Spike. Wenn man ein guter Rettungsschwimmer sein will, muss man zu jeder Zeit super aufmerksam sein. Samurai of TV! Jamie! Mia! Mike! Kevin! Emily! Antonio! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Rangers together! Samurai forever! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Go, 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 Power Rangers! Könnte ich Noah doch nur die Wahrheit erzählen? Aber ich muss geheim halten, dass ich einer der Power Rangers bin. Das Beste ist, wenn ich mich von den Jungs ganz fern halte, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Eine Bank! Was für ein Leckerbissen! Das war nur die Vorspeise! Ich hab Goldarm! Nylon! Das Fahrrad sieht aber lecker aus! Hey, Vorsicht! Mein Samurizer! Ist das bitter? Was hast du mir da aufgetischt? Weg hier! Du hast mir den Appetit verdorben! Was? Die Samurai Rangers? Alter, verwandle dich! Das würd ich ja gern! Aber der da hat mein Samurizer gefressen! Weh gefressen! Echt jetzt, Kevin? Willst du uns veräppeln? Keine Sorge, wir machen das schon. Halt du dich im Hintergrund! Ihr wisst schon, dass es unhöflich ist, jemanden beim Essen zu sterben! Möbel! Möbel! trig wie Vves Naar! Möbel! Ist dir schon gut? Dann futtere ich eben woanders weiter. Das ging ja flott. Aber was ist jetzt mit Kevin Samurizer? Der kommt zurück, wenn er Hunger kriegt. Und so wie es aussieht, dauert das nicht sehr lange. Alles in Ordnung, Kevin? Ja, aber mein Samurizer ist weg. Kein Thema, Kevin. Den holen wir dir zurück. Oh nein, Deckers Schwert. Hier muss er seinen letzten Kampf bestritten haben. Und hier ist es mit ihm zu Ende gegangen. Ach, Decker. Du hast mich tatsächlich verlassen. Wirf es doch nicht einfach so weg. Dieses Schwert ist einzigartig. Serator. Wer, wenn nicht du, sollte wissen, dass ich es erschaffen habe? Es war ein unvergesslicher Moment. Allerdings. Ich habe mir den Krieger, der dieses Schwert erhalten sollte, sehr sorgfältig ausgesucht. Hättest du gedacht, dass er so leicht zu besiegen sein würde? Dario, hör mir zu. Du weißt nicht, wohin mit dir. Warum arbeitest du nicht für mich? Ich repariere auch dein Harmonium. Ja, und du wirst nicht alleine arbeiten müssen. Was soll das heißen? Ich will es mal so ausdrücken. Es hat hier mit zu tun. Decker? Ein kurzer Blick nur. In Erinnerung an die alten Zeiten. Wie konnte er uns das antun? Wir sind in der Staffel einfach zu langsam. Wir waren fünf Sekunden schneller damals. Als Kevin im Team war? Vergiss ihn, Mann. Er hat uns sitzen lassen. Einfach so. Er ist abgehauen, ohne sich zu verabschieden. Es ist mehr als der Samurizer. Irgendwas muss passiert sein. So ist es. Das hier hängt in der ganzen Stadt. Kevins altes Schwimmteam nimmt an der Meisterschaft teil. Hör zu. Ohne Samurizer kann er eh nicht kämpfen. Er braucht Zeit zum Nachdenken. Die geben wir ihm. Und suchen in der Zwischenzeit den Samurizer. Serato hat mich ganz sicher angelogen. Ich würde es ja gerne glauben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Decker hier irgendwo im Wald ist. Er lebt. Was für eine Überraschung. Wie kommt es, dass du hier bist? Ich dachte, der rote Ranger hätte dich für immer zerstört. Mein Schwert Uramasa und seine Kraft haben allen Schaden absorbiert. Deshalb lebe ich noch. Der Fluch, der auf mir liegt, wird erst gebrochen werden, wenn ich das ultimative Duell kämpfe. Ein Duell, an dessen Ende Uramasa nicht zerbrochen sein wird. Wir ähneln uns in vielerlei Hinsicht. Wir beide pflegen starke Bindungen. Ich zu meinem Harmonium. Und du zu deinem Schwert. Und beide können wieder repariert werden. Es gibt einen Nylok, der über diese Macht verfügt. Er erwartet allerdings eine Gegenleistung. Okay, seid ihr bereit? Zieht voll durch. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los. Krampf. Ich helf dir. Kevin, das kann doch nicht sein. Jetzt nicht reden. Nur atmen. Lass mich in Ruhe. Mein Team kümmert sich um mich. Du bist es. Ich hab schon viel von dir gehört. Ja. Wahrscheinlich nichts Gutes. Du warst der Beste, der je in unserem Team war. Ich werd nie verstehen, wie du das alles aufgeben konntest. Hör zu, Noah. Es war nicht leicht für mich, aber... Ich wünsche euch viel Glück für morgen. Gebt alles. Ich muss jetzt gehen. Du warst der Beste, der je in unserem Team war. Ich werd nie verstehen, wie du das alles aufgeben konntest. Wenn er doch nur wüsste, dass Teamwork das Wichtigste in meinem Leben ist. Ich muss an was anderes denken. Ich muss mir Gedanken darüber machen, wie ich die Gigasort-Kombination knacken kann. Habe ich einen Hunger! So ein deftiger Betonpfeil ist jetzt genau das Richtige! Es geht doch nichts über Hausmannskost! Was? Ich hab immer noch Appetit? Der Nylok ist wieder da. In der Innenstadt. Und was ist mit Kevin? Lass den regeln, was er zu regeln hat. Er kommt sicher bald nach. Gut, an die Arbeit, Lichty! Hey! Fressmaschine! Ein paar Rangers zum Nachtisch! Los geht's, Samurai! Strangers vereint! Samurai auf ewig! Jetzt krieg ich aber Angst! Wir müssen rauskriegen, wo er Kevin Samurizer hat! Moment mal, Leute! Lasst mich mal kurz jemanden anrufen. Hä? Wo kommt dieser Klingelton auf einmal her? Das ist ein Samurizer. Geh doch mal schnell ran! Und wo soll der sein? Hey! Wie kommt es, dass mein rechter Arm klingelt? Sein rechter Arm! Dann trennen wir mal die Verbindung! Decker? Unmöglich! Vergebt mir, aber ich muss eingreifen. Scarf, such dir was zu essen. Und dann friss, bis du platzt. Bon Appetit! Decker, wie ist das möglich? Da mein Schwert Uramasa im Kampf zerbrochen ist, bin ich nicht von meinem Fluch erlöst worden! Und jetzt bin ich stärker als jemals zuvor! Bis Uramasa repariert ist, kämpfe ich mit diesem Schwert hier. Und ich werde dich wohl noch mal besiegen müssen. Ha! Black Box! Super Samurai-Modus! Ich glaube, er hält uns nur hin! Wieso? Worauf warten Sie denn? Und jetzt bin ich aber satt! Mein Bauch tut schon weh! In Ordnung, Dayu. Tun wir es für Serator! Genau! Was? Aber der Typ ist doch in Ihrem Team! Seine wahre Kraft zeigt sich erst, wenn er besiegt worden ist. Ihr werdet schon sehen. Wir sind fertig! Seine wahre Kraft? Wir müssen Kevin Samorizer zurückholen! Und zwar sofort! Ja! Ja! Ich hab ihn! Juhu! Fantastico! Und Kevin Samorizer funktioniert noch. So ein Riesenmonster hab ich noch nie gesehen! Dayu hatte recht! Ach so! Sie haben ihn zerstört, damit er so groß zurückkommt! Und sein Schutzschuld wird echt schwer zu... Schäden! Samorizer hin oder her! Ich kämpfe mit meinem Team! Kevin! Hier! Und jetzt ab in die Klamotten! Du hast ihn wieder! So sieht's aus! Los geht's, Samurai! Super Samurai-Kombination! Zords, vereinigt euch! Klauen-Panzer-Megasword! Bereit zum Kampf! Ha! Ha! An die Arbeit! Das Schild wird schwer zu durchbrechen sein! Es ist so massiv! Koppelter Katana-Schwung! Das funktioniert nicht! Der ist zu stark! Wir nehmen jetzt die Bullen-Disk und bilden den Samurai-Gigasword! Willst du das Risiko wirklich eingehen? Wenn wir einen Fehler machen? Könnte das ganz übel ausgehen! Wir müssen es versuchen! Zuerst müssen wir alle unsere Zords aufrufen! Jaden, wir haben keine Wahl! Okay, Kevin! Wir vertrauen dir! Bullen-Disk! Jetzt kommt der Moment der Wahrheit! Ich hoffe, es klappt! Na klar! Mit dem Gigasword können wir die Kräfte aller Sords optimal nutzen! Bereit? Bereit! Dann leg mal los! Ha! Ultimative Samurai-Kombination! Ja! Ja! Samurai Geekers Du hast es geschafft, Kevin. Dann wollen wir diesen Vielfraß mal zeigen, was uns schmeckt. Okay, Nihilog. Es ist angerichtet. Worauf warten wir noch? Tigerbohrer-Attacke! Zangengreifer! Reißt ihn in Fenzen! Ultimativer Samurai-Schlag! Um die Operation abzuschließen, benutzt jeder Ranger die eigene Symbolkraft und ruft seine Sorts auf. Bereit? Bereit! Löwensort, Tigersort, Bullensort! Drachensort, Schwertfischsort! Affensort! Bärensort! Käfersort! Schildkröten-Sort! Oktosort! Klauensort! Symbolkraft! Ultimative Kombination! So stark wie der ist, bekommt er als Sahnehäubchen eine Spezialattacke obendrauf! Shogun-Modus! Kraft der Vorfahren! Zeigen wir diesem Allesfresser, wer hier die Küchenchefs sind! Jetzt bekommt er was serviert, das er so schnell nicht vergisst! Shogun-Ranger! Feuer! Symbolkraft Megaschlaf! Der hat keinen Appetit mehr! Samurai Rangers, der Sieg ist unser! Tolle Teamarbeit! Besonders von dir, Kevin! Danke! Und jetzt unterstütze ich mein anderes Team! Hey, du da! Im Becken wird nicht mit Wasser gespritzt! Oh! Wir verpassen den Wettkampf! Oh, nein! Ich gehe unter! Ich rette dich! Hilfe! Rettest du mich jetzt, oder was? Äh, es gibt ein klitzekleines Problem! Ich kann nicht auftauchen, Spike! Ich will... Ich will... Schneller, Jungs! Wir schaffen das! Wir schaffen das! Es läuft! Es läuft! Der ist echt super schnell! Oh oh, Noah hat wieder einen Krampf. So haben sie keine Chance auf den Sieg. Das Schweigegelübde der Samurai sollte mich nicht davon abhalten, meinen Freunden zu helfen. Sekunde. Du hast Schmerzen, oder? Ähm, ja, aber meine Sorge, ich übernehme für dich. Wirklich? Ja, wir sind ein Team, oder? Das ist wirklich beeindruckend, welche Durchschlagkraft sie besitzen. Das ist doch auch... Ja. Hey, hat Noahs Team gewonnen? Ja. Also, um genau zu sein, mein Team. Ich bin so froh, dass ich mich endlich von ihnen verabschieden konnte. Danke, dass ihr so geduldig mit mir gewesen seid. Ihr wisst, dass bei mir unser Team an erster Stelle steht. Daran haben wir nie gezweifelt. Das ist doch kein Team. Das ist doch kein Team. Untertitelung des ZDF für funk, 2017